Und willkommen zurück bei Dead Stranding. So, weiter geht's mit den Lieferungen. Hier nach Lake, genau. Da 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 da, Lake ist hier, oder? Ja, genau. Und, los geht's. Wie immer am besten mittendurch zu Fuß. Aber, was ich machen kann, ich kann die Straße benutzen. So, genau so. Oh, nicht runterfallen. Yes. So, sehr schön, sehr schön. Ja, ich bin dabei. Ich geb Gas. Vor allem schon, ich geb Gas, ich hab Spaß. Ich geb Gas, ich hab Spaß. Hier drauf ist ein Pilz. Und da ist so ein Lift. Jetzt haben wir hier, haben ein bisschen Musik. So. Dann, hier hoch. Genau. Und. Zack, zack, zack. Hier rum. Yes. Das klappt doch prima. Prima Ballerina. So hab ich mir das vorgestellt. Also, was ich echt mal, irgendwann mal versuchen muss. Hier ein bisschen, die Straßen. Hier ein bisschen Material sammeln und die Straßen reparieren. Und. Ja. Das wäre auch geschafft. Und dann nur noch. Gut, zur Wetterstation. Und die Wetterstation wird wieder ein bisschen holprig. Da da ja das GD-Gebiet ist. Aber das schaffe ich schon. Hallo, sag dir grüßt und liefern, liefern. Yes. Genau. Du musst doch alles wehtun, ab dem du so viel geschleppt hast. Mhm. Vor allem meine Beine. Errungenschaft. Also, pass auf dich auf. Dat werde ich. Nee. Nee, das wollte ich auch nicht. Weitere Informationen erhältst du an einem E-Verturin. Hallo. So. Genau. Das wollte ich. Ähm. Ingenieur, Ingenieur. Der Alte, der Alte, der Alte. Nein. 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 Meine Güte, Alter. Es gibt echt. Arschvoll Aufträge noch. Es gibt wirklich einen Arschvoll Aufträge. Nee, ich wollte... Oh, wo ist dann? Hier, genau. Habe ich jetzt Markierung? Ja. Wetterstation. Und... Los geht's. Scan wird gestartet. Eine angenehme Weiche. Die Wetterstation war irgendwo da oben. Da vorne, oder? Ja. Das hat funktioniert. Und los geht's. Ah, da habe ich auch noch... Irgendeinen Auftrag. Oh. Holy shit. Was war das für ein Sprung? Holy shit. Also irgendwas stimmt hier nicht, oder? Mit dem Straflässigen. Das ist eine Sache wegen dem Bein. Oh, 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 oh. Wow, wow. So. Also die Sprünge sind... ...echt nicht von dieser Welt. Ja, ich glaube, das ist wegen den Füßen. So, jetzt da hoch. Yes, yes, yes. Und... Thank you. Upsa. Fast gefallen. Huh. Hoch. Hoch. Ja. Oh, kein Regen. Ich mag kein Regen. So, jetzt ist er rauer. Was kann ich denn überhaupt mit den... ...Dingern machen hier? Seilrutsche. Ah... ...so, Konstruktionsmenü. Konstruktion abbauen, aber hier verbessern. Mit Seilrutschen... ...ähm, mit Seilrutschen. Mit Seilrutschen kannst du eine Strecke zwischen zwei Verankerungen schnell und sicher verlegen. Eine Liste auf den verschiedenen Konstruktionsschriften verfügbaren Funktionen aufzurufen. Okay. Das heißt, ich muss zwei Stück bauen. Und dann kann ich meine Fracht irgendwie durch die Luft transportieren. Also, wenn ich da oben... Ja, aber... Hm. Wenn ich dann da oben eins baue, kann ich es dann verbinden? Oh, no. Oh, no. Ich hab's gewusst. So. Komme ich hier irgendwie? Haft, Schrot, Antikidee. Ich hab's genau gewusst. So. Dann mal... Let's go. Schau mal, da vorn ist noch so ein Lift. Da ist ein Seil und... No, bitte nicht. Ich hab's gewusst. So. Da ist einer. Holy moly. Freunde, wo? Freunde, wo? Oh, shit. Ich trau mich gar nicht mehr, weiter zu laufen. Ja, aber wo? Wo, 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 wo? Da. Holy shit. Wo? Also ich hab's... Da ist einer, oder? Holy shit. Ich trau mich echt nicht weiter zu laufen hier. Ich hab's... Ich hab's doch getroffen. Oder? Ich hab's doch... Kommt er mit hoch? Ich hoffe doch mal. Shit, Arino. Scheisse, 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 dann muss ich doch... No Bucker. Ja, vielleicht kann ich... Ja, weiter, weiter, weiter. Ich komm da niemals hoch. So, also ein bisschen... Beschissen ist das ja. Ja, Freunde, ich bin dabei. So. So, hier irgendwo. Da vorne ist was. So, da ist einer. Holy shit, holy shit, holy shit. Da ist noch einer. Wo ist er, wo ist er? So. Okay, dann mal... Irgendwie versuchen. Holy moly. So langsam kriege ich... Ein wenig Angst hier. So, ich will natürlich zum Pilz. So, ich glaube, hier gibt es keine. Ich hoffe doch mal. Das war's jetzt hier mit dem... GDS. So, hier hoch. Alles repariert? Ich glaube schon. Ja, ich glaube... Ja, ich glaube... Hm. Also, mit der Waffe ist aber... Echt geil. Das war immer noch heftig hier bei den GDS. Aber mit der Waffe... Wirkt es ein wenig einfacher. Hm. 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 Holy moly, foley. Äh. Was ist das? Nee. Jetzt hab ich den... Hier lang. Nee. Oder? Doch. Das ist doch die Wetterstation, oder? Nee. Da oben. Ja. Ein wenig den Faden verloren. Die Orientierung. So. Komm ich hier durch? Oh shit. Ich glaube nicht. Nicht so einfach. Aber... Ich kann... Nein. Kann ich nicht. So, jetzt. Puh. So. Und über die Brücke. Ja. Genau. Und dann... Hoch. So. Bisschen. Peak geben. Sehr schön. Ah, nicht fallen. Danke. Hoch mit uns. Hoch mit uns. Ja, das schaffen wir. So. Jetzt hier noch hoch. Jawollo. Puh. Geschafft. Oh mein Gott. Und... Gleich hab ich's geschafft. Yes, 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 yes. Ja. Ja. Cool. So. Yes. Yes. Danke für deinen Besuch. Rechtzeitig. Quasi überpünktlich. Yes. Kein Problem. Nur ein A. Ein oder mehrer Butts. Ja. Na dann. Viel Erfolg weiter. Und pass auf dich auf. Das werde ich. Vielen Dank. So. Schweba lösen. Schweba einstecken. So. Jetzt kann ich aber den Butts wieder losschicken. Hm. Das hier. Jawolo. Los geht's. Setze autonomen Lieferbot ein. Sehr schön. Okay. Was ich jetzt noch machen will. Hier. Ich will das noch fertig machen. Und dann wieder hoch. So. Genau. Da war's. Oder? Ja. So. So. Ähm. Markierung setzen. Yes. So. Yes, yes, joa, oh, ein Bike von Marcel, ja, vielen Dank, vielen Dank für das Bike, ja, ich sehe nix, ja, oh, Entschuldigung, so, jetzt geht's wieder ein bisschen schneller, und, ja, gute Idee, oder nicht, ja, bis jetzt noch alles easy, Holy Shit, Orino, Entschuldigung, so, ja, genau, so, äh, was muss ich überhaupt sammeln, verstreute seltene mineralische Ressourcen, Ressourcen, Holy Shit, und, und Publikums, ja, los, so, so, Erstmal Holy shit Schau mal Einer an Nein Nicht schlagen Ja Da vorne geht's lang Super Soll ich hier so einfach mit dem Bike durchkommen Ich weiß nicht ob das so eine gute Idee ist hier Holy moly Ich glaub den Rest geh ich mal zu Fuß oder So komm ich hier irgendwie Holy shit Alles gut Alles gut So Okay Dann mal Hier Ja harte Landung Ich weiß So So Dann hier das Seil nehmen Und Abwärts Ich glaub ich müsste mal noch BB sehen oder So So Session Holy Hier haben wir ein paar Ressourcen Dankeschön Was ist das hier? Oh Und Speicherchip Jetzt hat's aufgehört zu regnen Oder Ja Sehr gut Ähm So Jetzt Okay BB geht's Einigermaßen Wieder gut So Hier ist die Nummer Drei Und Dankeschön So Da ist noch einer Und da drüben ist auch noch einer So Dann mal Den hier So Wie komm ich jetzt Auf die Andere Seite Und Seil Nehmen Ja Wird alles gut Baby Alles gut So Ich versuch einfach mal Ja Alles gut Alles gut Alles gut Ich beeil mich Ich beeil mich für dich Shit Was ist da vorne So Kein Seil mehr Und jetzt Komm ich ohne Seil Sehr schön Toll 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 Bravissimo Mhm 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 Und jetzt Ja lecko Mir doch am AA Das ist ja mal Richtig Bescheiden Gelöst Hier So Wie zur Hölle Soll ich jetzt An meinen Saal Wie zur Hölle Soll ich da Hinkommen Gar nicht Oder Ich versteh es Nicht Ich versteh es Nicht So und jetzt Hm Okay Dann versuche ich mal zu Hallo Aus Dankeschön Einmal Okay Tja ich muss Versuchen Ob ich irgendwie Dem Fluss Folgen kann Ob ich dem Fluss Folgen kann Und dann meine Sachen Wieder bekomme Hm Das wird ja mal Richtig 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 Bescheiden Das ist bestimmt Schön Mhm 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 So Jetzt Komme ich Irgendwie Einmal ein Zeug ran Also was noch cool Wär Eine Angel Oder irgend sowas Ja holy moly Wie soll ich denn An mein Zeug ran Ja jaja Shit Arena Wenn du Handschellen Aber einfach Verlagern willst Werden sie Auf deinem aktuellen Auftakt Werden sie Frachtstücken Am Ursprungsort Zurück Okay Das heißt Wenn du Handschellen Und jetzt Aufträge Fracht Verlagern Aufträge Hier Fracht Verlagern Ähm Fracht Wir haben Am Ort Zurückgeschickt An dem Ja So Jetzt Holy Shit Arena Schon viel Besser Oder So Hier lang Und Zack Und Zack Schön Weiter geht's Ja Das schaffe ich Zack Bäm So Stopp 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 So Das zuschauen Mehr als Genug Und bis zum nächsten Mal Ciao Ciao Berm C H H